Naja, dann werde ich jetzt mal hier, ähm, ne, das hier mal versuchen, den Wind noch zu holen, und dann ein bisschen campen, wenn die Tür offen ist, denken vielleicht nicht alle, dass ich hier drin bin, was überhaupt wer hier drin ist. Okay, da bin ich da, warte, da bin ich so ein bisschen noch ein Lootrop, oh ja, oh der, nee, der ist da, hä, nee, ist da, ist verdammt, hä. Ah, lol, das, ach, das ist der, okay, oh, da war er ja, ja, moin, da war er ja, noch 5 Gegner, Kugel auch, okay, mal gucken, Tonne kommt, 18 Sekunden, Also, mit 0 Kills, ähm, 5 Gegner sind über, kann man schaffen, muss man nicht. Leute, hier, ich kann es dir mal zeigen, ich war in der Runde schon hier oben, hab die Scheiße eingesammelt, den Fortbyte, mein Hounds hab den Fortbyte eingesammelt, und dann sagt die Zone, nee, ich bin hier unten bei Polar Peak, und forst die Flies, äh, Flies, Flies. 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 So. Eieiei, ein bisschen campen, hab ich schon lange nicht mehr gemacht, ne. Brauche ich eigentlich 22, ach, ich bin wegen meinem Slopper vorhin. Hab diese Runde noch keinen Gegner, ich weiß gar nicht. Was, ich? Achso, ja, moin. Meine Mutter hat grad mit mir geredet, ne. Decker, Moskos. Ne, ich hab heute noch mal diesen, ähm, 100 Level Default, der von da gemacht, ne. Irgendwann bei, mhm, irgendwann, ne, er hat mich so ge... Ja. Und irgendwann bei Level 80, ich glaub, es war, ähm, irgendwie, über 85, irgendwie so war's da, aber noch vor 90, war auch so ein scheiß Impulsjump, ne, ne, der hab ich nicht geschafft. Der war irgendwie unschaffbar, keine Ahnung. Oh, ne, ist so. Keine Ahnung, ich, ich, ich muss mir das mal bei irgendwelchen Mietzschemen angucken, ob der sich was denn bekommen hat. Oh, der Kaufer. Ich hab gern noch jetzt so sterben, Alter. Hab ich nicht eingebaut. Perfekt, passt. Bei mir sind irgendwie die letzten immer voll die Tri-Hards. Voll, wirklich. Ich hab's mal, bei einem am Solo ein Endgame, ne. Und, da war noch die Bouncers drin. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was die sind noch, was weiß ich. Keine Ahnung. So. Der letzte Gegner, ne, war so lost. So lost. Also es war jetzt kein, also nicht diese Loskins, die so umlaufen, für meine Lobbys halt lost. So. Und er denkt sich, ja, ich wird's hier wieder an, man bauen's und spring runter. Ja, ich denk mir, okay, ich spring mir hinterher. Nein, was mach ich? Ich spring genau auf diese Scheißkante und sterbe an Fallschaden, Alter. Ich weiss doch genau auf diese Scheißkante, ne. Hätte Epic Games dafür so gern einen reingehauen. Ich hab noch zwei Gegner, Alter. Ich hab Angst. Aua. Weiß ich, was noch da. Noch ein Gegner. One versus one. Nein, 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 nein. Keine Mets. Ja, 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 damn. Mein erster Solo-Win! Oh, Digga, meine Stimme ist komplett weg, Alter. Okay, Level 14. Oh, Digga. Digga, ich hab... Reingehauen, Digga. Reingehauen, abgehauen und... Das war's.